Ich darf Ihnen beide Kontrahenten vorstellen. In der Blaunecke, 39 Jahre alt, 1,83 Meter groß, gewohnt mit 77,7 Kilogramm. Er wird betreut durch Kevin Hessling und Shiva Smith. Bisher 107 Kämpfe, 65 Siege, 28 davon durch Knockout. Er ist zweifacher Welt- und Europameister im Kick- und Tie-Boxen. K1-Max-Weteran und jetzt Showtime-Weteran. Vom Team Snipers in den Niederlanden. Marco, the Sniper, Piquet. Sein Gegenüber der Rottenecke, 38 Jahre alt, 1,96 Meter groß, gewohnt mit 77,1 Kilogramm. Er wird betreut durch Matthias Weber und Ferran Schmidt. Bisher 79 Kämpfe, 64 Siege, 28 durch Knockout. Er ist zweifacher Weltmeister der WKU und der WFCA. von der Invictus Kick- und Tie-Box-Schule in Saalfeld. John, die Herrschaft, Kallenbach. Und nun sind wir drinnen im Co-Main-Event. Ja, sollte ja letztes Jahr schon stattfinden bei der 9. Lafamina Fight Night. Jetzt zum Jubiläum, zur 10. wird's nachgeholt. Intensiver Stairdown hier. Das lässt einen spannenden, packenden Kampf erwarten zwischen beiden. Auf alle Fälle. Wie gesagt, beide mit etlichen Kämpfen, etlichen Titeln. Da können wir uns jetzt freuen. Der John auch mit einer anderen Auslage, rechter Bein vorne. Ja, Rechtsausleger John. Macht auch gleich Druck. Beginnt ganz gut. Ja, drückt Piqué in der Ecke. Der kann sich nicht so entfalten. Ja, lange Beine. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ist eine gute Waffe. Mit den langen Frontkicks. Schöner Kick. Ist auch ziemlich groß für die Gewichtsklasse. Das stimmt. John ist sehr lang gewachsen. Dadurch schwierig, an ihn ranzukommen. Die erste Halbmitte ist rum. Piqué stellt sich ein bisschen schwerfällig an. Kommt noch nicht so richtig rein in den Kampf. Wartet vielleicht aber auch noch ein bisschen ab. Guckt sich ein bisschen an, was hier kommt. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen. Ja, gut, die sind beide schon über 30. Aber auch beide dadurch sehr erfahren. Sehr viel Erfahrung. Ja, man sieht es an der Bilanz. Also, die spricht für sich. Ja, schön. Ja, super Hände. Ein High-Kick-Versuch. Ja, so richtig ist er noch nicht drin im Kampf. Nee. Das war auf gar keinen Fall kein... Also, bin ich auch nicht der Meinung. Genau. Hat der Ringrichter wohl auch nicht so gesehen. Sehr gut. Schöne Linke von John. Schöne gerade Linke. Schöne Rechte jetzt mal an der Einzelaktion fangen. Oh! Ja, das ist... Da sieht man den U-Tie-Style. Man sieht ja beide Kämpfer mit ihren Bändern am Arm. Also, kommen beide aus dem Thai-Boxen. John Kainbach, auch Inhaber einer Thai- und Kickboxschule. Sehr erfolgreich. Aber gefällt mir super mit den langen Händen. Also, erst eine Minute noch. Erste Runde sehe ich bis jetzt bei John. Das wird nicht gewertet. Ist ein K1-Fight. Ist aber auch kräftezehrend. Ja. Also, wenn man so geworfen wird, so... Das stimmt. Und wieder aufstehen muss. Ja, das kostet schon ein bisschen Kraft. Ja, das stimmt. Aber wirkt sich hier nicht auf die Punktzettel aus. Wie im Ui-Tai halt. Da wird es halt als dominantes Verhalten gewertet. Jetzt mal eine schöne Might-Bewegung von... Ja, schön abgetaucht. Jawohl. Aber da kommt auch gleich ein harter Front-Kick. Kopfhaken links. Ja, letzten 10 Sekunden. Erste Runde. Kopf ein bisschen gewackelt. Und nochmal John zum Ende. Schön reingesprungene Hände. High-Kick. Sehr gut mit den langen Händen. Super. Super erste Runde für John. Ja. Weiter so. Ich bin hier natürlich auch ein wenig parteiisch. Ja, ganz klar. Lokal Matador. Guter Freund. Auch noch Deutscher, ganz klar. Da ist man ja... Für die heimische Seite, würde ich sagen. Marco Piquet, Holländer. Also kommt wirklich... Ja, Kampfsport-Nation. Brauchen wir nicht viel sagen. Da brauchen wir nicht über zu reden. Auf alle Fälle... Dutch-Style, sage ich da nur. Ja, obwohl er natürlich in Thai-Style heute den Tag legt. Aber das ist halt die Kombination dann auch, ne? Mal sehen, ob da in Runde 2 ein bisschen mehr kommt. Und er nach hinten raus auftritt. Ja. Hier haben wir nochmal die Bilanz. 79 Kämpfe, 64 davon gewonnen. Und 28 K.O. ist davon. Das ist schon stark. Beide mit 28 K.O. sieben in ihrer Bilanz. Sehr ausgeglichen. John eröffnet wieder. Schön. Schön abgekontert. Schöner Low-Kick von John. Ah, das war ein Schubser. Ah, das war ein Schubser. Alles gut. Ah, hat er. Hat er ein Roundhouse-Kick. Von der Sniper. Marco Piquet. Hat er mal scharf geschossen. Ja. Ja. Findet aber noch nicht so ein richtiges Rezept. Und das soll er eigentlich unterlassen. Da hat ihn der Schiedsrichter schon mal ermahnt, dass es hier nicht zählt. Beim nächsten Mal wird es ihm gut Abzug nicht gegeben. Sicher. Er entschuldigt sich fairerweise. Sicher. Ja. Ja, wenn er vielleicht kein Mittel weiß, dann... Ja, auch ein bisschen Frust dabei dann ist, ne? Ja, ja. Logisch. Nicht so reinzukommen ins Kampfgeschehen. Aber das spielt in die Karten von John Kallenbach, den ich hier die Daumen trinke. Aber jetzt weg vom Seil, John. Ja. Da ist er schon wieder. Jetzt hat er... Am Festhalten. Aber jetzt hat er sich zusammen gelöst. Richtig. Das war gut. Körper... Oh, Achtung. Rechte zum Kopf. So, John. Jetzt nicht nachlassen. Hälfte ist rum in diesem Kampf. Ja. Aber es ist noch eine weite Distanz bis ins Ziel, ne? Ja, jetzt wird er wieder geworfen. Nochmal so eine Aktion. Dann wird es wahrscheinlich dann doch einen Punkt Abzug geben. Sollte es ja, auf jeden Fall. Ecke Team Sniper. Letzte Minute ist angebrochen in dieser zweiten Runde. Ah, da war es schon wieder. Jetzt muss er eigentlich auch... Er hat ihn oft genug ermahnt. Er hat so bewusst einmal weggelassen und jetzt hat er es wieder gemacht. Er versteht die Welt nicht. Ja, dann muss er aber damit rechnen. Ja, sehe ich ganz genauso. Entschuldigt sich zwar nochmal hier. Okay, weiter geht's. Halbe Minute noch. Er kommt nicht so wirklich rein. Er kann sich nicht einarbeiten. Nee. Ja. Ich denke schon, dass da der Frust auch mitspielt. Aber weg vom Seilbewegen, John. Nicht am Seil bleiben. Letzten Sekunden laufen. Ja. Letzten zehn Sekunden brechen gleich an. Kommt schon. Nochmal eine schöne Aktion zum Ende der Runde. Ja, also wenn der Piquet was macht, dann macht er auf jeden Fall Einzelaktionen wie eben den Lebertreffer. Ja, sind halt sehr gezielt. Eben kann man auch eine schöne Kombination. Die war gut, ja. Aber ja, das vermisse ich im Kampf bis dato. Aber noch ist er nicht richtig drin. Nee. Gut, er kann die letzte Runde natürlich auch noch für den K.O. gewinnen. Und der Runde wird entscheidend sein, ja. Wie immer. Wie zu oft. Wasser, Wasser. Möchte er haben in der Ecke. Hier schon die Anweisung. Mach was, Junge. Mach was. Du kannst vielleicht den Kampf durch K.O. gewinnen. Ja. So, John. Und du musst jetzt auch nochmal alles geben. Die letzten drei Minuten nochmal alles raus. Konzentriert bleiben. Ja, schöne, faire Geste. Schöne, faire Geste, jawohl. So was wollen wir sehen. Vorsichtig, vorsichtig. Nicht am Seil stehen bleiben. Das... Lange Hände. Frontkicks wieder. Oh, die Auferzahn war drin. Eieieiei. Aufpassen auf den Highkick. Konzentriert bleiben schon. Er hat sich die erste Runde vielleicht ein bisschen... Bisschen verausgelt. Ich habe auch den Eindruck, dass... Ich habe auch den Eindruck, dass... Ich muss ihn nur bewegen jetzt, nicht so stellen lassen. Ja, nicht am Seil stehen bleiben. Genau, dann kann er sich auch nicht entfalten. Genau. Und jetzt ein Konter. Kommt schon. Kommt schon. Ja, kommt gleich noch mal die zweite Luft. Ja, komm jetzt übers Herz. Es ist nicht mehr lang. Und vor allem über die Zeit. Ja, schönes Knie noch mal. Anderthalb Minuten noch. Hälfte ist rum. Ja, Piqué auch noch mal mit dem Knie. Aber man sieht schon, die Kräfte lassen almenisch nach. Ja, aber das ist genau das, was wir vorhin angesprochen haben. Piqué wütendlich aus. Ja, ja, zu viel vorne von Anfang an vielleicht investieren. Gar nicht so gut. Gerade gegen so einen erfahrenen Mann wie Piqué. Ja, gut, aber selbst wenn er die Runde gewinnt, dann sind die anderen zwei Runden auf jeden Fall bei Kallenbach. Auf jeden Fall, ja. Da fühlst du jetzt natürlich ganz klar. Klar, Kräfte lassen danach, bei beiden auch. Kommt trotzdem noch gute Knie durch. Ja, ja. Von Piqué natürlich vermehrt jetzt stärker. Aber die letzte halbe Minute läuft gleich. Jawohl. Halbe Minute noch. Kommt schon. Die kann natürlich lang sein. Komm. 20 Sekunden noch. Die Fans sind da. Zehn noch. Die letzten zehn. Die letzten zehn Sekunden. Kommt schon. Und das war es. Sehr schön. Knappes Ding. Knappe Entscheidung. Mit leichten Vorteilen für die rote Ecke. Die ersten zwei Runden waren... Sehe ich schon Kallenbach vorne. Durch den Punktabzug. Ja. Ja. Genau. Der Punktabzug, der wird auch nochmal eine entscheidende Rolle spielen. Ich würde dem Kampf allerdings nur eine drei geben. Aufgrund dessen, weil... Weil ein bisschen... Marco Piqué... Also vielleicht war die Erwartungshaltung ein bisschen höher. Ja. Aber ich glaube, er hat nicht so das gezeigt, was er kann. Erst eher zum Schluss dann, ne? Zum Ende des Kampfes. Hier nochmal schöne, faire Geste, respektvoll miteinander umgehen. Und ich denke... Sehr tolerant. Ja, sehr schön. Sehr schöne. Diese Bilder wollen wir sehen. Aber... Ich denke auch... Ja. Ein Respekt. Dass es auch wirklich schwierig ist, gegen so einen langen Mann wie Kallenbach sich zu entfalten und ranzukommen. Richtig. Netztechnisch gut gemacht. Ja. Also... Auf jeden Fall. Weil wenn man dann reingeht, dann hat man immer das Risiko, in die Knie von John, in die langen Knie reinzulaufen. Das ist schon... Das überlegt man sich dann immer zweimal. Aber enge Entscheidungen. Ich drück die Daumen. Ich find schon. Ja, meiner Meinung nach, erster Runde hat er zweite sowieso durch den Punktabzug. Ja. Also er hätte auch ohne Punktabzug gehabt. Ja. Und dritte war bei Piqué. Ja. Ja. Das stimmt. Auch hier Adalan wieder mit in der Ecke. Bei Matze. Im Gespräch. Und MP kommt zur Urteilsvergründung. Das ist ein Sniper-MP. Super. Geil. Die rote Ecke. Charm. Die Hase. Jawoll, John. Herzlichen Glückwunsch. Super. Ich gratuliere dir. Ich freue mich für dich. Ja. Wieder einen großen Sieg eingefahren. Gegen so einen starken Erfahrene Warten. Und so einen starken Holländer Kampfsportnation. Super. Besser geht's nicht. Top. Glückwunsch, John. Da kann man schon stolz drauf sein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.